Der Hammer redet. Warum so hart, sprach zum Diamanten einst die Küchenkohle, sind wir denn nicht nahe Verwandte? Warum so weich, o meine Brüder, also frage ich euch, seid ihr denn nicht meine Brüder? Warum so weich, so weichend und nachgebend? Warum ist so viel Leugnung, Verleugnung in eurem Herzen, so wenig Schicksal in eurem Blicke? Und wollt ihr nicht Schicksale sein und Unerbittliche? Wie könnt ihr eins mit mir siegen? Und wenn eure Härte nicht blitzen und schneiden und zerschneiden will, wie könnt ihr eins mit mir schaffen? Alle Schaffenden nämlich sind hart. Und Seligkeit muss es euch dünken, eure Hand auf Jahrtausende zu drücken wie auf Wachs. Seligkeit auf den Willen von Jahrtausenden zu schreiben wie auf Erz. Härter als Erz, edler als Erz. Ganz hart allein ist das Edelste. Diese neue Tafel, o meine Brüder, stelle ich über euch. Werdet hart. Der Philosoph mit dem Hammer. Dieser wunderbare Text stammt vom schnauzbärtigen Friedrich. Und ich möchte ihn erläutern. Es geht darum, eigene Prinzipien, eigene Werte zu haben, eine eigene Moral zu haben und diese auch durchzusetzen. Die Trägheit zu überwinden. Es geht darum, die eigenen Triebe zu kultivieren. Die eigene Energie zu lenken, zu konzentrieren auf ein höheres Ziel. Etwas, das dich selbst übersteigt. Kein bloßer Massenmensch zu sein. Nicht bloß deinen Trieben zu folgen, auf dem Sofa zu liegen und dir Donuts einzuverleiben. Ja, das führt zu Homer Simpson. Wenn du mehr schaffen willst, musst du diese Energie bündeln. Und wenn du einen starken Schweinehund hast, starke Triebe hast, dann ist das die allerbeste Grundlage. Denn das ist die gleiche Kraft. Das ist deine Kraft. Deine Faulheit. Deine Triebe. Dein Hunger. All das entspringt der einen Quelle. Und all das ist der Ursprung des Höheren. Alles Große kommt aus der Hose. Das bedeutet, dass wenn dein Schweinehund sehr stark ist, du starke Triebe hast, dann hast du auch eine starke Veranlagung. Eine starke Natur. Jemand, so jemand, der besonders faul ist. Der besonders hungrig ist. So jemand kann auch viel schaffen, wenn er es schafft, diese Triebe zu kontrollieren. Sie nicht mehr gegen sich arbeiten zu lassen, sondern für sich arbeiten zu lassen. Und darum geht es bei der Menschwerdung. Das ist das, was Nietzsche als Übermenschen bezeichnet hat. Etwas Höheres zu schaffen, über sich selbst die Entropie zu überwinden und Ordnung zu schaffen. In dir selbst, im Leben, in deinem Geist, um dich herum. Und so musst du Stück für Stück deine Triebe kultivieren und sie auf das gewünschte Ziel lenken. Denn wenn du deine Energie nicht fließen lässt und vielleicht sogar in Kompensationsmechanismen drin bist, dann wendet sich deine Kraft gegen dich selbst. Dann schadest du dir selbst. Denn diese Kraft, diese Triebe, die früher für unser Überleben gesorgt haben, sich fortpflanzen, so viel essen wie möglich, möglichst hochkalorisch essen, Zucker, Fett. Ja, das ist das, worauf unsere Triebe ausgelegt sind, unser Körper ausgelegt ist. Energie sparen, hochkalorische Ernährung, all das hat uns in unserer Vergangenheit geholfen zu überleben. Und wenn die Zivilisation untergeht, dann wird uns das auch wieder helfen zu überleben. Aber in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, bringt uns das unter die Erde. Ja, wenn du ein stumpfer Hedonist bist und bloß diesen Trieben folgst, dann sorgt das dafür, dass du unter der Erde landest. Ja, dass du übergewichtig wirst, dass du fett wirst, dass du dich kaum bewegst, dass du dich von einem, von deiner linken oder rechten Hand in Jungfern lässt. Dass du nicht das bekommst in deinem Leben, was du bekommen könntest. Dass du ganz weit unterhalb deines Potenzials bleibst. Und sich selbst zu überwinden, sich weiterzuentwickeln, über die eigene Komfortzone hinaus zu gehen, auch einmal etwas Unangenehmes zu tun. Das macht uns glücklich. Dafür leben wir. Dafür streben wir. Alles in der Natur, alles in der Natur wächst der Sonne entgeben. Alles entwickelt sich weiter. Und wenn du dich weiterentwickelst, dich nicht nur fortpflanzt, sondern hinauffflanzt, etwas Besseres schaffst, etwas Besseres aus dir selbst machst, deinen Körper kultivierst, indem du regelmäßig trainierst, indem du das Land, auf dem du lebst, kultivierst, die Artenvielfalt erhöhst, die Kulturlandschaften in Deutschland ehemals, haben dazu geführt, dass sich die Artenvielfalt noch erhöht hat. Der Mensch ist nicht bloß ein Parasit und ist nicht bloß schädlich für die Natur. Industrielle Landwirtschaft ist schädlich für die Natur. Aber der Mensch kann durch und durch mit der Natur zusammenleben und die Natur fördern. Denn der Mensch ist Teil der Natur. Wir gehören zu der Natur. Und wir können Blumen pflanzen und so weiter, die Artenvielfalt erhöhen. Deinen Geist kultivierst, indem du Bücher liest, indem du meditierst, Ordnung schaffst, all das wird für Zufriedenheit sorgen. Das, was dich jetzt im Moment vermeintlich glücklich macht, die Zigarette, der Donut, macht dich langfristig krank, wenn du es übertreibst damit. Deswegen lade ich dich ein, hör auf Nietzsche, werde hart, überwinde dich. Wachst über dich selbst hinaus. Tu Sachen, die unangenehm sind. Das Leben ist wie eine Rolltreppe. Wenn du nichts tust, deinen Körper nicht forderst, dann beginnt dein Körper, sich zurückzuentwickeln. Deine Arme werden immer dünner, deine Beine werden immer dünner, deine Gelenke werden immer schwächer, deine Knochen verlieren an Masse, an Härte. Dein Geist wird schwach. Kein Fokus mehr. Kein Shen, keine geistige Kraft mehr zu denken, zu überlegen. Schau in die Augen eines Kindes und du siehst die geistige Energie. Im Chinesischen ist es das Shen. Du siehst dieses Shen, die geistige Kraft in den Augen, das Aufgewecktsein, das Motiviertsein und vergleich das mal mit der Denkschwäche des durchschnittlichen Erwachsenen. Kultiviere dich, wachst über dich selbst hinaus. Das macht uns glücklich. Das macht uns zufrieden. Dafür leben wir. Dafür sind wir hier. Druck formt die Kohle zum Diamanten. Nutze also diesen Druck. Der Starke wird in schweren Zeiten noch stärker. Ich habe es schon mal gesagt, im Chinesischen ist das Zeichen für Gefahr das gleiche wie für Chance. Während Leute, die zu schwach sind, endgültig zugrunde gehen. Vielen Dank für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit.